Ich habe folgendes gemacht, wenn ihr YouTube-Videos macht und ihr braucht Musik für diese YouTube-Videos, könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal kostenlos Klavier-Lieder downloaden. Und die dürft ihr kostenlos in euren Videos verwenden. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr da Ärger kriegt. Ihr könnt die ganz einfach downloaden als MP3, könnt sie in euren Kanälen benutzen. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Ihr müsst in die Videobeschreibung oder im Video oder bei beiden schreiben, dass die Musik von mir ist und meinen Kanal dorthin schreiben. Mehr nicht. Ansonsten dürft ihr die Musik kostenlos verwenden. Das sind von mir komponierte Klavier-Lieder. Und wenn ihr die finden wollt, gebt ihr auf YouTube ein The Yo-Kraft Leertaste Zweit-Kanal. Aktuell habe ich noch keinen Namen für diesen Kanal. Der wird später mal einen Namen bekommen. Und ich habe zwei Lieder da hochgeladen. Gedenke jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar neue Kompositionen von mir hochzuladen. Das sind sehr, sehr einfache Klavier-Lieder, die trotzdem sehr schön, Schlick auf, Entschuldigung, sehr schön klingen. Und ich glaube, das könnte was für euch sein. Was macht ein, Flachwitz, was macht ein Millionär auf dem WC? Das Geschäft seines Lebens. Ja, sehr gut, lieber Ramon, Entschuldigung, Ramon Zuleger. Ich muss mal eure Namen besser lesen können. Dafür gibt es noch mehr Redstone. Was wäre Minecraft in 2D? Was wäre Minecraft in 2D? Ein sehr flaches Spiel. Okay, wir lassen es sein. Okay. Wie oft habe ich jetzt okay hintereinander gesagt? Könnt ihr mal zählen? So, ich gucke nochmal gerade in den Chat. So, weiter geht's. Mit vollem Elan und Eifer. Was ihr schon gleich gewerkt habt, ist, der Spaß hier ist fertig. Ich möchte euch diese Technik auch nochmal kurz zu erklären. Die ist ganz einfach. Was passiert ist folgendes. Wir haben einen Zug. Ihr nehmt euch am besten eine Minecraft mit Trichter. Setzt das so hier hin. Und das bleibt hier so stehen. Ihr seht, auch wenn es auf dem Knopf drauf ist... Achso, war alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Es ist weggefahren, weil jetzt gerade was passiert ist. Wir warten auf den Zug. Gleich kommt er wieder. Da ist der Zug. Okay. Wir sehen hier, der Zug ist leer. Und solange nichts im Zug drin ist, geht hier auch nicht diese Komparator an. Weil durch einen Detector Rail und daneben einen Komparator gestellt, kann man Züge wiegen. Und sobald ein Item drin ist, geht die Fackel aus. Kurze Zeit später geht der Kolben weg und das Minecraft fährt los. Und gerade ist es losgefahren, weil hier oben war schon ein Boot drin. Wenn hier oben ein Boot drin ist und das natürlich ins Minecraft reingeht, dann da seht ihr, schaltet die Technik und zack. Das Minecraft macht sofort seine Dienste, fährt hier diese Schienerie ab bis nach hier oben. Denn, und zwar das, gibt dann hier das Boot ab und wir sehen, das Boot landet hier in dem Spender. Natürlich ist ein Kaktus... Oh, 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 aufpassen. Ich habe hier gerade eine Kaktusfarm gebaut. Das möchte ich nicht. Das muss ich sofort korrigieren. Und vielleicht sollte ich die hier wegnehmen. Ich muss die hier wegnehmen. Jetzt belade ich das Minecraft hier sogar noch mit Schildern. Ich habe hier gerade eine automatische Kaktusfarm gebaut. Das sollte ich natürlich sein lassen. Der Spieler muss auch noch irgendwie rauskommen. So, und jetzt hat es sich erledigt. Kaktusfarm bauen. Wie könnt ihr eine Kaktusfarm bauen? Es kann ja sein, dass ihr eine Kaktusfarm braucht. Dann macht ihr folgendes. So, das ist der einfachste Trick, weil... Ne, so. Das ist der einfachste Trick. Sobald jetzt ein Kaktus hier wächst... Okay. Wenn jetzt ein normaler Kaktus wächst... Also der Kaktus würde jetzt einen weiter wachsen und plötzlich... Tschup, würde er runterfallen, weil... Sobald ein Block neben dem Kaktus ist, geht er dadurch kaputt. Das ist irgendwie... Das ist Minecraft-Logik. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie verstanden, warum ein Kaktus neben einem Block nicht wachsen kann. Ist das so im Real Life? Keine Ahnung. Minecraft-Logik. Das sind so Sachen, die halt in Minecraft logisch sind. Vielleicht... Ich habe mir überlegt, ein Real Life-Video zu machen, ne? Also erst mal... Ein paar Fakten. Aber vielleicht... Das wäre nochmal Stoff für ein eigenes Video. Aber nur so ein paar Fakten am Rande. Habt ihr euch das mal gefragt, wie logisch Minecraft ist? Also, ganz einfach. Pass mal auf. Folgendes Beispiel. Wir nehmen uns einen... einen Block-Eisenblock. Und ihr müsst ja wissen, wie groß bin ich in Minecraft? Und wie groß ist ein Block? Wir sagen mal, ein Block ist ein Meter groß, ja? Das heißt, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Und das ist ein Block-Eisen. Jetzt stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, vielleicht wüsst ihr, wie schwer Eisen ist. Wenn ihr schon mal so eine Schiene in der Hand hattet, so ein kleines Stück Bahnschiene, das wäre jetzt im Vergleich ungefähr so groß wie dieser Knopf hier. Ihr habt jetzt so ein kleines Stück Bahnschiene aus dem echten Leben in der Hand. Das wäre so ein kleines Stück. Das ist schon echt verdammt schwer. Ja, so. Und das Ding wiegt schon eine richtig große Menge. So, und jetzt stellt euch mal vor, nicht so ein kleines Stück, sondern stellt euch mal vor, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Stellt euch mal gerade hin, falls ihr gerade sitzt, oder stellt euch mal hin und streckt eure Hände aus. Oder geht mal mit den Füten, oder geht mal einen Schritt nach vorn und versucht euch mal vorzustellen, wie groß ein Meter mal ein Meter mal ein Meter ist. Das ist ungefähr halb so groß, naja, nicht halb so groß, das ist ein bisschen so dreiviertel so groß wie ihr wahrscheinlich, je nachdem wie groß ihr seid. Sonst stellt euch das mal vor, ein Block Eisen, ein komplett massives Ding Eisen. Ihr könntet das Ding nicht hochheben. Das Ding wäre mehrere Tonnen schwer, ihr könntet es nicht hochheben. So, ein Block, ein Block. So, Steve in Minecraft kann nicht nur ein Block, nicht nur 64 Blöcke, auch nicht nur, nein, neunmal 64 Blöcke karben. Er kann, pass auf, ich rechne es jetzt mit dem Taschenrechner raus, er kann 64 mal neun mal vier, also mal eins, zwei, drei, vier mal neun mal 64, er kann 2304 von diesen Blöcken gleichzeitig im Inventar haben. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr den Gag? Oder anderer Gag, nehmt mal, wenn ihr draußen im Garten seid, und es ist Sommer, macht euch mal einen Eimer Wasser. So, ihr habt jetzt einen Eimer Wasser in der Hand, ungefähr ein Liter Wasser in der Hand. Ihr grabt euch ein Loch in den Garten, packt den Eimer Wasser da rein, dann geht ihr in die Küche, holt euch noch ein Eimer Wasser und packt den da rein. Geht in die Küche und holt euch noch ein Eimer Wasser, packt den da rein, und jetzt habt ihr folgendes Mal, ihr habt ne unendliche Wasserquelle, das heißt, wenn ihr jetzt dort drei Eimer Wasser reingekippt habt, dann könnt ihr euch so viel Wasser da rausholen, wie ihr nur wollt. Ihr könnt euch fast endlos viel Wasser rausholen, außer ihr stellt euch so bekloppt an wie ich in Minecraft. So, noch ne Logik in Minecraft. Wenn ihr Wasser auf den Boden setzt, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wasser dann die ganze Zeit fließt? Genau, wie im Real Life. Hm, ja. Ich lass es mal. Oder vielleicht kommt einer noch. Einer noch. Wir nehmen ein Gitter. Ein Gitter. Gitter. Ein Gitter. Ein Gitter nehmen wir. Ein Gitter. Und ich setze das Gitter auf den Boden, und auf das Gitter kann ich Sand legen, und der Sand rieselt nicht durch das Gitter durch. Ist brillant. Oh, ach, wo wir gerade auch bei Logik sind. Natürlich. Was ihr ja mal nachbauen könntet im Real Life ist der schwebende Stein in der Luft. Könnt ihr euch da drunter stellen und werdet zerquetscht. Nein. Okay, wir lassen es sein. Mr. XIV3 ist auch im Chat. Herrlich, schön, dass du dabei bist. Mr. XIV3. Er ist ja eigentlich... Warum ist der nicht Moderator bei mir? So, du bist jetzt Moderator. Auf jeden Fall, er schreibt, dass Eisen, also ein Quadratmeter, also ein Quadratmeter, nicht Quadratmeter, ein Kubikmeter, genau, also ein Block Eisen in Minecraft würde acht Tonnen wiegen. Oh my shit, Gott. Acht Tonnen. Oh, Leute, habt ihr schon mal versucht, ein Auto anzuheben? Das wiegt keine acht Tonnen, das Auto. Das sage ich euch. Uh, okay, ja. Steve ist wohl der stärkste Spieler von allen Spielen auf der ganzen Welt. Stimmt ihr mir dazu, Leute? Lieber Chat, stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, dass der Minecraft-Spieler Steve, beziehungsweise ihr, der Minecraft-Spieler, der wahrscheinlich stärkste Spieler aus allen Spielern ist. Wirklich, da kann jeder andere, selbst der gute Link aus Zelda kann einpacken. Da kann, da kann selbst Ganadorf, Ganodorf aus Zelda einpacken. Keine, alle können einpacken, wenn man das mal mit der Stärke vergleicht, die hier der gute Steve aus Minecraft hat. Weil er das stärkste ist. Und ich würde das so machen, wie ich es jetzt hier habe. Das hier oben so quasi wie so ein Förderband lassen. Das ist ja quasi so eine Art Förderband auch, ne? So. Und wir können nämlich jetzt hier so einen kleinen Baldachim bauen. Eine Kleinigkeit muss noch getan werden, dann haben wir diesen Bereich auch schon fertig. So, und das können wir jetzt alles mit diesem Haus integrieren. Das war so meine Überlegung. Das war nämlich mein Gedanke, mein so Hintergrundsgedanke, den ich hatte. Ob man daraus ein großes Haus baut. Und ja, das muss ich sagen, war doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Boah, was sagt der Chat? Ja, der Chat stimmt mir zu. Das war auch nicht anders zu erwarten. Okay, dann setzen wir mal so. Hier das Dach. Das Dach können wir später bauen. Das ist jetzt gerade erstmal unwichtig. Wobei, nicht ganz unwichtig, da wir nochmal gucken müssen, ob das mit dem Boot tatsächlich so klappt, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Meine Idee wäre folgende. Und zwar, wenn ich jetzt hier so ein Dach drauf lege, ne? Müsste das Boot theoretisch doch reingehen können. Oder? Also erstmal muss man so kompetent wie ich sein, überhaupt ein Dach platzieren zu können. Das ist das Wichtigste. Und dann kann man... So. Okay. Und wir holen uns mal ein Boot. Und provieren das gleich schon mal aus. Bist du, das muss ja im Spender drin sein. Wir füllen den ganzen Spender mit Booten auf. Und holen ein Boot heraus aus dem Spender. Das müssen wir auch nochmal gleich automatisieren, aber die Technik dafür wird ein bisschen einfacher. Sehen, das Boot geht hierher und es bleibt nicht hängen. Tatsächlich. Es fällt hier komplett rund. Das ist gut. Also macht ihr schon mal treue Dienste. Gutes Boot. Arbeitsboot, gutes Boot. Hast du ordentlich Arbeit gemacht. Wenn ich jetzt sowas hier machen würde, würde das trotzdem noch funktionieren, auch wenn ich das Dach jetzt einfach so durchsetze? Oder wird das Ärger geben? So, ich schicke das Boot hier mal runter. So wie noch ein paar Kameraden. Ach ja, genau. Ich muss noch das hier machen. Das hatte ich jetzt vergessen. Damit die Boote nicht sinken können. Perfekt. Hm. Okay. Sieht besser aus. Wenn ich jetzt den Spender aktiviere, was auch ich sollte... Ich sollte mal hier so das freischaufeln, dass ich auch hier durchkomme. Und jetzt klicke. Wie sieht es jetzt aus? Ne, das Boot wird jetzt hier oben gespawnt. Okay, ne, dann müssen wir es leider so lassen. Und uns hier vielleicht nochmal einen anderen Clou ausdenken. Wahrscheinlich wäre es hier klüger, wenn wir das Dach dann noch einen Tacken höher ziehen. An dieser Stelle. Nö. Nicht an dieser Stelle. Aber zum Beispiel an dieser Stelle hier könnte man das machen. ein gestaffeltes Dach quasi von dieser kleinen Waldhütte, die wir die Technik integrieren. Okay, sieht gut aus, muss ich sagen. Jetzt noch eben der letzte Kram. Und zwar die Automatisierung. Die verfolgt wie folgt. Wir machen eine Tripwire. Eine hier. Und die andere muss auch noch irgendwie hier hingesetzt werden. Das wäre cool, wenn man jetzt erst das Problem ist. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Hm. Ja. Das wäre praktischer, wenn wir hier einen Berg hätten, der quasi hier so hoch geht. Wir können ja tricksen. Wir können ja quasi mit Bergen tricksen, wie wir wollen. So. So cheaten wir uns das Leben still. Und jetzt nehmen wir ein String. Setzen Sie so dran. Okay, und das Stromsignal kommt genau da raus. Okay. Jetzt, Achtung, Leute. Ich zeige euch jetzt die wahrscheinlich komplexeste und schwerste Redstone-Schaltung, die wir gebaut haben in unserem Leben. Also haltet euch fest. Nehmt Stift und Papier. Morgens Prüfung. Da frage ich ab. Pass auf. Fertig. Weil, was jetzt passiert ist folgendes. Wenn dieser Draht getriggert wird, klick. Dann wird ein Boot spendiert. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn man losfährt, triggert sich der Draht und ein neues Boot ist auf dem Weg. Easy peasy. Einfach. Oder? Dann schauen wir nochmal hier rein. Also hier oben müsste man das natürlich schön machen jetzt irgendwie. Das Design und sowas veredeln. Können wir nochmal gucken. Jetzt wird das nächste sein, was wir machen müssen, wäre ein, ähm, den eigentlichen Spielplatz mal komplett zu Ende bauen. Ja, gute Idee. Sehr konstruktiv und gute Idee. Dazu machen wir erstmal folgendes. Wir reichern den Spielplatz bis hier vorne an. Die Höhe des Spielplatzes ist ja die hier. Ist auch noch nicht so gut gemacht hier. Können wir auch noch besser machen. So. Und wir brauchen gleich einen offiziellen Eingang zum Spielplatz. Aber auch den gucken, um den kümmern ich mich. Kümmern ich mich? Nein, kümmere ich mich. Noch gleich. Hm. Jetzt gucken wir nochmal in den Chat. Data HD fragt, wann kommen Videos zu deinen Ratsun World? Wenn ich mit ihr baue. Ich habe euch jetzt seit langer Zeit gar nicht eine Ratsun World gebaut. Und, ähm, Eider schreibt gerade, das ist nicht idiotensicher. Ja, das ist tatsächlich nicht idiotensicher. Weil, natürlich ein Spieler könnte, hm, das ist ja, ich habe nachgedacht. Es kann sein, dass ein Spieler ja ständig hier rein und raus geht. Und dann würden ganz, ganz viele Boote gespawnt werden. Aber ganz ehrlich, falsche Bedienung ist euer Problem. Kinder sind nicht so schlimm wie Erwachsene. Erwachsene wollen immer absichtlich alles kaputt machen, um zu testen, ob es funktioniert. Während Kinder... Nö. Kein Kind würde die Wasserrutsche kaputt machen. Kinder machen gespielt so ich nicht kaputt. Nein, nein, nein. Sie kämen niemals auf die Idee darauf. Nein, 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 nein. So, ich lösche mal eben den Windows 32 Ordner. Ist das ein Flachwitz? War ein Flachwitz. Hulk ist stärker? Mm, 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 mm. Ich bin ein großer Marvel-Fan und ich kenne mich gut mit Marvel-Filmen aus. Nein, ich... Das wäre ja mal wirklich... Das wäre mal... Das wäre mal eine Frage. Wer ist stärker? Hulk? Oder... Das ist eine Frage an euch. Lieber Chad. Wer ist stärker? Steve, der... Ich weiß nicht, wie viele Megatonnen Eisen schleppen kann. Oder der Hulk. Ich war, by the way... Kann ich ja erzählen aus dem Nähkästchen. Gestern im neuen Spidey. Und zwar Spider-Man Homecoming. Die dritte Neuauflage von Spider-Man. Aber eine sehr gut gelungene. Die mir sehr gefallen hat. Vor allem finde ich es cool, dass jetzt Spider-Man offiziell Avenger wird. Und zu den... Mehr oder weniger gehört. Ich will euch nicht spoilern, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Lohnt es sich, ihn zu gucken. Toller Film. Toller Humor. Genau mein Ding. Also das mag ich beim Marvel-Film auch. Die sind... Sind sehr gute Superhelden-Filme. Aber die haben auch noch alle Humor. Sehr, sehr lustig. Ich finde Batman fand ich auch cool. Mega cool. Aber ich... Bei Batman zum Beispiel... Also bloß jetzt nicht mich haten dafür. Ich finde Batman cool. Ich habe die Batman-Filme geliebt. The Dark Knight. Die Filme, ne? Aber was ich schade fand, ist, dass da sehr wenig Humor drin ist. Während ich muss sagen, bei den Marvel-Advent... Also bei den Marvel-Superhelden-Filmen viel mehr Humor ist. Die sind nicht so ganz ernst. Ja? Allgemein... Tony Stark als Iron Man... Ist ein cooler Typ, muss ich sagen. John... Nee, John... Nee, 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 nee. Steve stärker. Oh ja, jetzt schreibt einer Produktplatzierung. Sind Kinofilme Produktplatzierungen? Ich glaube nicht. Ich bewerbe ja hier kein Produkt. Außerdem doch. Moment, ich bewerbe Minecraft im Moment. Also rein rechtlich macht ja jeder YouTuber eine Produktplatzierung. Jeder Let's Player, der ein Spiel spielt, macht eine Produktplatzierung. Recht, recht, recht. Das deutsche Rechtssystem hat Vor- und Nachteile. Es ist gut in vielerlei Hinsicht. Es ist verbesserungsdürftig in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass WhatsApp illegal ist. Wusstet ihr das? Offensichtlich ist WhatsApp tatsächlich illegal, wie einige Anwälte sagen. Und Grund dafür ist, dass WhatsApp ja die Kontakte weiterleitet und das gegen ein paar Gesetze verspricht. Es ist verrückt. Wirklich. Also es ist total awesome, verrückt. Heißt das jetzt, ihr macht was Illegales? Ja und nein. Ganz einfach, weil es eine Grauzone ist. Da hat sich noch keiner, niemand hat sich genau in Deutschland um diese bewusste Frage gekümmert, wie legal ist denn WhatsApp? Und das Problem ist, die können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, WhatsApp ist illegal und alle dürfen nicht mal WhatsApp benutzen. Da wird ja eine Katastrophe, das ist ein Rechen. Also, ähm, ja. Äh, Herztman schreibt, nimm doch TheJoeMusic als Kanalnamen. Ist keine schlechte Idee, muss ich sagen. Keine schlechte Idee. So. TheJoeMusic. Hm. Aber ich, da werde ich erstmal drüber nachdenken, wenn ich mich aktiver um diesen Kanal kümmere. Aktuell kümmere ich mich nicht so stark um den Kanal. Ach, ja. So. Jetzt habe ich ja ungefähr schon mal eine Fläche freigeräumt hier oben, wo ein Spielplatz ist. Das ist mal wieder, man erkennt ganz klar den TheJoecraften-Baustil, weil alles ist eckig. Ich freue mich jetzt riesig auf die YouTube-Adventure-Map, by the way. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Mit dem Drehbuch habe ich schon angefangen. Wird jetzt spannend. Also, wird in den Ferien ein großes Projekt sein. Wie lange läuft der Livestream noch? Fragen einige. Nicht mehr allzu lange. Ich werde vielleicht jetzt auch ein Trampolin einbauen. Den Rest können wir in zukünftigen Episoden machen. iOS 100 wird uns auch bald besuchen kommen im Freizeitpark. Freue ich mich auch schon drauf. Ich habe die Wasserbahn erstmal fertiggestellt. Diese kleine Kinderwasserbahn. Die wollte ich ja unbedingt haben. Jetzt haben wir eine Kinderwasserbahn drin. Wir haben normale Craftwasserbahn. Wir haben eine Wildwasserbahn. Also, an Wasserbahnen haben wir jetzt erstmal genug im Freizeitpark, würde ich sagen. Oder? Na gut, ihr wollt bestimmt immer mehr, ne? Immer mehr. Hier, die Jugend von heute. Ist nichts zufrieden mit allem, ne? Immer mehr, ne? Immer noch einen drauf haben. So. Ha, ha, sehr lustig. Ich lese noch ein paar. Ich lese noch gerade ein paar. Einer fragt... Ah, das ging zu schnell. Wie alt ich bin. Ne? Wie findest du Deadpool? Ich fand Deadpool große Klasse. Also, ist... Ich darf euch natürlich jetzt... Weil ich ja auch einen Bildungsauftrag habe und... Ich glaube, ich bin der einzige Minecraft-YouTuber auf der Welt, der irgendwie einen Bildungsauftrag hat, oder? Also, was bedeutet das? Mit anderen Worten, ich versuche meine Videos so zu gestalten, dass sie pädagogisch wertvoll sind. Ja gut, ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Also, ich versuche, ich versuche möglichst zu vermeiden, in Fäkalsprache mit euch zu reden. Und ich versuche, die Videos irgendwie so zu gestalten, dass man ein bisschen was lernen kann. Versuche, wohlgemerkt, ne? Und weil ich ja diesen quasi mir selbst ergebenden Bildungsauftrag habe, darf ich euch Deadpool nicht empfehlen als Film. So, und jetzt hören mal bitte alle Eltern weg. Guckt ihn. So, weiter geht's. Und also, Deadpool ist tatsächlich eine große Klasse. Also, was Marvel mal wieder da fabriziert hat, der absolute Anti-Held. Wenn ihr normale Superhelden... Aber er ist gruselig... Also, ich glaube, ich muss euch auch warten, er ist gruselig an einigen Stellen, der Deadpool. Also, überlegt es euch gut, ob ihr schon bereit seid, diesen Film gucken zu wollen. Denn der hat's in sich, der Deadpool. Trotzdem gibt's eine Empfehlung von mir, wenn ihr mit sowas klarkommt. Okay. Hier endet der Zaun. Irgendwie so. Und jetzt möchte ich ein Trampolin haben. So, wir erinnern uns doch alle, wie das Trampolin gebaut wird, ne? Also, Trampolin im Redstone-Freizeit-Bag. New Recipes Unlocked. Check your reset. Blödes Wort. Ich hatte da noch ein wunderschönes Tutorial dazu gemacht. Und da hab ich erklärt, wie man ein Trampolin bot, wo ich das nochmal alles ausprobiert hat. Also, kommt das jetzt hier in. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Fünf. So. Machen wir hier einen kleinen Trampolin-Park hin. Okay. Einen kleinen Trampolin-Park mit mehreren Trampolins nebeneinander. Und die lassen wir in den Boden ein. Die müssen wir nicht hoch machen. Die lassen wir einfach in den Boden ein. So. Ein großes, zwei kleine. Finde ich eine gute Idee. Läuft. Ein großes Trampolin in der Mitte. Zwei kleinere Trampolinen. So. Am Rande. Die könnten noch einen. Man hätte sie theoretisch tatsächlich noch einen Block weiter nach hinten bauen können. Eine klasse Idee. Die soeben angenommen worden ist. Genau. Wir müssen ein bisschen Platz nach unten lassen. Weil da muss ja Technik rein. Immer Technik. Technik ist beste. Jo Music. Technik wird gerade als Kanalname vorgeschlagen. Auch nicht schlecht. Aber eventuell wird es wahrscheinlich einen ganz anderen Namen. Denn ich möchte ja auch noch so Tutorials machen. Ein paar Infovideos. Es hat noch Zeit. Also ich gucke jetzt gar nicht drauf. Mir ist The JoCraft gerade wichtiger. Diesen Kanal vorzuführen. Und auch mal einen Uploadplan einzuhalten. Es ist mittlerweile eine Quest für mich geworden. Ich habe mir diese Challenge gegeben. Jeden Tag ein Video rauszubringen. Das schaffe ich nicht immer. Ihr wisst ja. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, es jeden Tag zu machen. Und so. Ich versuche es jeden Tag zu machen. Einfach weil ihr mir auch ein bisschen am Herzen liegt. Und viele von euch glaube ich das auch toll finden. Und ich würde mal so eine Frage an euch jetzt stellen. Wo ich gerade so live bin. Wann guckt ihr eigentlich immer meine Videos? Guckt ihr die immer abends? Guckt ihr die nachmittags? Guckt ihr die direkt, wenn ihr nach Hause kommt? Wie ist das so bei euch? Wann guckt ihr The JoCraft? Einfach mal aus Interesse. Es wird jetzt ein paar Sekunden dauern, bis das bei euch ankommt. Okay. Das ist nämlich meine Idee. Ihr seht schon hier. Wir synchronisieren die nicht gleichzeitig. Die Trampoline sollen nicht gleichzeitig aktiviert werden. Es muss irgendwie die Möglichkeit geben, das Trampolin einzuschalten, über eine Art Knopf oder so. Abends, ihr schreibt alle abends, ja, das dachte ich mir. Abends, 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 Tag, Nachmittags, Abends, Mittags, Abends, jetzt. Ha, 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 sehr lustig. La, 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 la. Oh, sehr klasse. Jetzt. Natürlich jetzt. Wenn ich euch frage. So, folgende Schaltung. Wir müssen das nochmal irgendwie versuchen einzuzäunen. Und zwar von so. Okay. Und so. Und hier ist der Eingang. Am Eingang machen wir den Knopf zum Einschalten. Und das ist unnötig. Okay. Und jetzt müssen wir so einen Knopf haben. Ich würde sagen, da nehmen wir grüne Wolle. Why not? Cause why not? Mit dem schaltet man den Spaß an. Machen wir hier den Knopf. Machen wir hier den Knopf. Und hier den Knopf. Und ja, aber so. Kann ich von beiden Seiten drücken. Und außerdem. Müssen wir doch das Ganze nett designen, dass es auch gut aussieht. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay. Von unten auch noch so Obsidianen machen. Das Problem ist, Slimeblöcke, die sind ja durchsichtig. Das heißt, da kann man ja durchgucken durch Slimeblöcke. Und weil man durch Slimeblöcke durchgucken kann, würde man jetzt so einfach in die Technik gucken können. Außerdem, sollte mal so ein Trampolin reißen, möchte ich natürlich nicht verantwortlich sein. Sollten ihr irgendwelche Kinder in die Technik stürzen und hier tödlich verunglücken. Das ist ja eigentlich ein Freizeitpark, der natürlich den TÜV-Standard einhalten muss. Selbstverständlich. TÜV muss sein für den Freizeitpark. Könnte man Scherzes aber wirklich mal zum TÜV schicken. Flachwitz. Einer schreibt einen Flachwitz. Warte, ich muss ihm erst durchlesen, ob er gut ist. Nein, der ist nicht gut. Trampolins in Minecraft. Das Geheimnis bei den Trampolinen ist die wichtige, richtige Taktung. Also die Einstellung des Taktgebers. Die Minecraft-Route ist gerade, gelinde gesagt, ein bisschen deplatziert. Ich muss sie einmal kurz umleiten. Und zwar hier entlang. Weil ich ein bisschen mehr Platz habe für die Technik vom Trampolin. brauche aber natürlich jetzt entsprechend nochmal anderes Gadget, um die auszufüllen mit Radstone. 11, warum habe ich jetzt plötzlich 11 in der Hand? Ach so, weil ich 11 im Inventar bestimmt hatte. Okay. So, sobald ich die Trampoline fertig gemacht habe, ist allerdings auch dann der Livestream vorbei. Ich hatte so vor, anderthalb Stunden zu streamen. Und wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Also, so langsam ist die Zeit. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Keine Sorge. Ich baue das hier noch erst sehen und ruhig fertig. Und am Ende dürft ihr mir nochmal ein paar Fragen fragen und so. Und dann machen wir Schluss für heute. Aber es kann sein, dass diese Woche nochmal ein Livestream kommt. Also, nicht verzagen. Jetzt nochmal eben kurz die Uhr bauen. Ja, lass den mal machen. So. 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 Und jetzt hatte ich doch mal was überlegt. Und zwar einen vollen und einen auf dritte Stufe. War das richtig? Leute, könnt ihr einmal kurz nachgucken. Ich hatte mal so ein Video gemacht, für die, die es wissen. Trampolin. War das die richtige Einstellung? Voll und drei? Beschreibt es mal kurz in die Kommentare. Den einschalten. So. Und wir müssen jetzt noch einmal verneinen, das Signal. Machen wir. So. Klick, klick. Damit die ganzen Dinger nach oben gehen. Okay. Und zu guter Letzt einen großen Kondensator bauen. Weil das jetzt ja möglichst lange laufen soll. Wenn es einmal aktiviert ist. Deshalb müssen wir auch Holzknöpfe geben. Holzknöpfe und etwas längeres Inputsignal haben. Ja, okay, klar. Hätte ich daran denken sollen. Obwohl, wir brauchen gar keine Holzknöpfe. Wir können das mit einem Präkondensator lösen. Ach, dann wieder zurück zu den Steinknöpfen. Zack. Zack. Ja, alle schreiben, dass es richtig ist. Vielen Dank. Also Mehrheit schreibt, dass es richtig ist. Und wenn die Mehrheit schreibt, dass es richtig ist, glaube ich das auch. Wenn jetzt bestimmt einige Nee schreiben. Wie bestimmt jetzt wieder, welche Leute fragen werden. Gleich wird mir fragen, wenn ich frage. Dass ihr Fragen fragen könnt. Wann ich Geburtstag habe. Kinder können ausbrechen durchs Trampo. Ja, die Kinder können hier, können natürlich sagen so. Wir machen Abgang. Aber ob sie das wirklich wollen? Ist nicht mein Problem. Keine Haftung für Kinder. Böser Freizeitpark. Zack. Das Trampolin soll möglichst lange anbleiben. Machen wir schon einen großen Kondensator hier. Der soll dafür, dass es auch möglichst lange anbleiben tut. Ach, einer geht noch. Felsch. So, und natürlich noch eine Beladung des Kondensators. Das ist auch noch wichtig. Die machen wir an dieser Stelle. Da kommt dann hier das Signal rein. So, das können wir hier rüber laufen lassen. Das funktioniert auch. Würde sich nicht mit den Schienen kollidieren oder so. Nein, tut es nicht. Und fertig. Ich drücke den Knopf. Und die Trampoline aktivieren sich. Yes. Und ich stelle mich drauf. Mal gucken, ob die Taktung richtig ist. Theoretisch sollte ich jetzt im richtigen... Ja. Sieht gut aus. Ich mache nichts. Und ihr seht, es sieht so aus, als ob ich springe. Es funktioniert ganz wunderbar. Ganz hervorragend. Und es schaltet sich nach der Zeit automatisch aus. Und ist selbsterklärend. Da habt ihr sie. Die Trampoline im Freizeitpark. Habt ihr ja so gewünscht. Bitteschön. Gern geschehen. So. Und dann schalten wir mal hier ein bisschen Techniklicht rein. Weil hier oben in der Technik wird ja... Hier blinkt ja was. Und wenn es blinkt, bedeutet das, Minecraft muss die Lichtverhältnisse neu brechen. Und wir sind fertig. Wir sind fertig über heute. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Dabei, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Es hat mir viel Spaß gemacht. War ein cooler Livestream. Vielen Dank, dass auch so viele dabei waren und eingeschaltet haben. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder etwas, haut sie raus. Ich stelle mich zur Sicherheit schon mal hier hin. Mit Blickrichtung dorthin. Und nehme mir mal Redstone in die Hand. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe schon wieder ein paar gerade Flachwitze von euch. Großartig. Roblox. The Geocraft. Kannst du mal Roblox spielen? Roblox kenne ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ist das... Ich weiß es nicht. Vielleicht bald mal. Aber aktuell hö. Flachwitze. The Geocraft. Wie heißt du? Auf Wiedersehen. Schreiben einige. Handy. Akku 100% am Ende. Ist das ein Flachwitz? War kein Flachwitz. Egal. Zählt trotzdem als Flachwitz. Wie alt bist du? Ne? Wo bin ich? Warte mal. 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 Warte. 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 Ich weiß es gerade selber nicht. Fuck. Moment. 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 Warte. 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 Ich glaube. Warte mal. Bin ich gerade zu doof? Hä? Warte. Oh. Fuck. Scheiße. Ich kenne doch nicht mehr. Ich kenne doch nicht mehr mein eigenes Alter. Ist das wahr? Ist das wahr? Ich weiß gerade nicht, ob ich 20 bin oder ob ich 21 bin. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Nein, ich bin 20. Nein, ich bin 20 und ich werde dieses Jahr 21. Aber ich werde in bald 21. Ich habe an dem Tag Geburtstag, wo alle frei haben. Ich habe an dem Tag Geburtstag, wo die Glocken läuten. Und an dem Tag, an dem eine Eins vorne im Datum steht. An dem allgemein ganz viele Einsen im Datum stehen. Ja, kommst du zu Gamescon? Da fragt der Vlad mal eine richtig interessante Frage. Ich habe vor, zu Gamescon zu gehen. Und weil so viele danach gefragt haben, habe ich sogar Autogrammkarten erstellt. Was heißt das, Autogrammkarten? Ihr kennt mich ja. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die einfach nur Namen auf dem Papier kritzeln und sagen, Nein, Autogrammkarte bedeutet bei mir, vorne gibt es von mir einen Gruß oder irgendwas Nettes hingeschrieben. Und hinten drauf gibt es irgendeinen coolen, nützlichen Redstone-Tipp. Und es gibt verschiedene Karten mit verschiedenen Tipps und so. Kann man auch gebrauchen. Also ist nicht etwas für, kann ich nach Hause nehmen und dann in die Mülltonne kloppen. Sondern habe ich auch was davon. Das war ja meine Überlegung. Und eventuell habe ich mich bis dahin gezeigt. Ansonsten kann man mich persönlich kennenlernen auf der Gamescon. Das ist meine Idee. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehe ich gerade jetzt nichts mehr allzu Wichtiges im Chat. Ja, liebe Leute, vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.